Ja, Bubar, Länderspielpause ist vorbei. Samstag geht es nach Paderborn. Wie habt ihr die Pause genutzt? Ja, wir haben gut gearbeitet, viel gearbeitet. Ja, mit dem Testspiel auch noch einen guten Gegner gehabt, letzte Woche Freitag. Ich glaube, wir konnten gut arbeiten, um uns auf das nächste Spiel vorzubereiten. Du hast eine sehr, sehr gute Bilanz gegen Paderborn. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Vier Siege, ein Unentschieden, eine Linie in der Lage. Was müsst ihr tun, damit das so bleibt? Ja, wir müssen auch immer vieles richtig machen. Wir müssen in der Defensive gut stehen und müssen nach vorne hin unsere Torschauung einfach eiskalt nutzen. Ich kann mich an die letzten beiden Spiele erinnern gegen Paderborn. Da muss man sagen, da waren sie die bessere Mannschaft. Aber wir haben einfach die Torschauung genutzt, standen hinten ziemlich kompakt. Und dadurch haben wir beide Spiele gegen Paderborn gewonnen, als sie vor zweier und in der zweiten Liga waren.